Wir haben uns in den letzten Videos angeguckt, was es mit der Differenzerfahrung auf sich hat, also wie der Mensch quasi seine Umwelt benutzt, wie er sich zur Umwelt verhält, um in der Umwelt was herauszufinden, um etwas über die Umwelt herauszufinden und haben dann in den letzten Videos uns vor allen Dingen um Artefakte gekümmert, welche Rolle eigentlich Artefakte dabei haben, also künstlich geschaffene Objekte dabei haben im Denkprozess des Menschen, vor allen Dingen Artefakte als externes Gedächtnis, haben wir da betrachtet, wo dann so herauskam, dass ein Mensch eigentlich nur durch Artefakte, ja sagen wir mal, sein Denkvermögen steigern kann. Natürlich gibt es verschiedene Menschen, die verschiedene starkes mentales Vermögen haben, sei es, dass sie irgendwelche besonderen Fähigkeiten haben oder dass sie sich Dinge besonders gut merken können, aber so sagen wir mal als Gesamtheit kann man sagen, dass die Evolution des Geistes, Evolution des Denkens in erster Linie eine Artefaktevolution ist. Da haben wir zumindest eine Abbildung gesehen, die das sehr stark nahe legte. Am Ende ging es ja schon ein bisschen darum, Einschreibmedien und analoge Einschreibmedien, was unterscheidet die denn eigentlich von digitalen Einschreibmedien oder digitalen Artefakten? Und bevor wir uns beim nächsten Mal darum kümmern wollen, welche Eigenschaften digitale Artefakte eigentlich haben, indem wir uns angucken, wie sie auch entstanden sind, also ein bisschen einen Einblick in die Computergeschichte wagen, möchte ich dieses Mal so eine Art so ein kleines Zwischenspiel noch machen und zwar gucken, wie wir eigentlich digitale Artefakte betrachten können, also was für Betrachtungsebenen, Betrachtungsperspektiven auf digitale Artefakte es eigentlich geben kann. Das Konzept, was ich euch jetzt hier vorstellen möchte, das nennen wir Ariadne-Konzept und das ist ein Konzept, was wir hier in der Didaktik der Informatik entwickelt haben. Ich mache jetzt also einen, sagen wir mal, ich hole mal ein bisschen was aus der Didaktik der Informatik hier bei uns in die Vorlesung mit rein, denn es passt ziemlich gut, um auch so ein paar Unterschiede sich heranzugucken oder ein paar, sagen wir mal, unterschiedlich in den Betrachtungsweisen, die wir teilweise auch schon hatten, aber vielleicht noch nicht so gut haben greifen können. Und ich hoffe auch, dass es ein kleines bisschen darüber hinausgeht, über das, was eigentlich in der Ergonomie so wichtig ist, also dass wir so ein bisschen sogar schon den Horizont erweitern mit dem, was ich jetzt hier erzähle, obwohl wir noch gar nicht so richtig angefangen haben. Ja, digitale Artefakte. Ein Artefakt, ich habe es hier mal so beispielhaft dargestellt durch so einen Computer, das kann natürlich auch alles andere sein, also als Beispiel nehme ich mal jetzt gleich relativ häufig, weil es sehr greifbar ist, das Artefakt WhatsApp, also die App WhatsApp und was da so dazugehört, in der Annahme, dass ihr solche Dienste, also Instant-Messenger-Dienste auf mobilen Endgeräten alle irgendwie kennt. Muss ja nicht WhatsApp sein, kann auch ein vergleichbares Artefakt sein. Oder wenn ihr es nicht haben solltet, dann zumindest davon gehört habt und eigentlich dann wissen solltet, worum es dabei geht. Ja, wenn ich jetzt so ein Artefakt habe, welcher immer es auch ist, technisches, digitales Artefakt, dann kann ich das aus einer ganzen Reihe von Richtungen betrachten, beziehungsweise ist in so einem Spannungsfeld zwischen verschiedenen Betrachtungsweisen. Und die habe ich hier mal in so einer leicht angedeuteten Wolke aufgeschrieben und wir haben da zwei große Bereiche, die man so sehen kann. Das eine ist der Bereich Mathematik, Wissenschaft und Technologie, den ich natürlich brauche, um ein solches Artefakt zu erklären. Denn wenn ich diese Grundlagen nicht habe, ja, dann fällt es mir irgendwie schwer, sagen wir mal ein bisschen das Materielle oder die Funktionsweise des Ganzen eigentlich zu erklären. Dann habe ich aber eine andere Seite, nämlich die Seite der gesellschaftlichen Diskurse. Diskurse ist ein bisschen so ein bildungssprachlicher Ausdruck. Wir könnten sagen, so die gesellschaftlichen Aushandlungen, Debatten, gesellschaftliche Debatten, die stattfinden, Gesetze, Normen, Organisationen, die sich bilden, Ansätze oder, sagen wir mal, Geflogenheiten in der Gesellschaft. All sowas hat natürlich Einfluss auf ein digitales Artefakt, zum Beispiel WhatsApp. Diese Bereiche sind natürlich unwahrscheinlich weitgreifend. Und in der Gesamtheit kann ich sie nicht betrachten. Ich kann nicht sagen, ich möchte WhatsApp erklären. Na ja, dann fange ich mal ein bisschen auf der linken Seite an mit den Axiomen der Mathematik und in der Wissenschafts-Swing-Theorie und Technologie auch irgendwie fangen wir ganz vorne an. So wie wir ja vielleicht in den letzten Vorlesungen tatsächlich relativ weit vorne angefangen haben, was technologische Entwicklungen angeht. Das kann ich aber jetzt nicht immer machen, wenn ich also irgendwie ein technisches Artefakt, ein digitales Artefakt erklären möchte. Auf der anderen Seite kann ich jetzt auch nicht sagen, ich erzähle die komplette Menschheitsgeschichte, alle soziologischen, psychologischen Gegebenheiten, die komplette Philosophie. Das kann es ja nicht sein, dass ich da sage, das brauche ich jetzt alles irgendwie, um sowas wie WhatsApp erklären zu können. Ich muss also irgendwie was Kleineres finden. Ich muss diese Wolke irgendwie kleiner kriegen. Und die Größenverhältnisse sind jetzt hier falsch. Eigentlich müsste man das Ganze riesig zeichnen, riesig breit und an eine relativ kleine Wolke von den Dingen, die relevant sind, die wirklich wichtig sind für die Erklärung eines gewissen digitalen Artefakts. Und das habe ich jetzt hier mit dieser Wolke mal dargestellt. Und in dieser Wolke gibt es natürlich aber trotzdem diese zwei Perspektiven, diese zwei Seiten. Und die, die belegen wir jetzt mit zwei eigenen Begrifflichkeiten. Da haben wir zum einen mal auf der linken Seite den Begriff Architektur. Und die Architektur eines Artefaktes sind die physikalischen Eigenschaften des Artefakts. Also die Eigenschaften des Artefakts, die ich tatsächlich physikalisch wahrnehmen kann, die ich messen kann. Dazu gehören auch Datenstrukturen und Algorithmen. Jetzt kann man sich fragen, Datenstrukturen und Algorithmen sind doch nichts Physisches. Ja, das liegt ein bisschen daran an der Art, wie wir sie in der Universität behandeln. Aber im Artefakt sind sie natürlich etwas Physisches. Der Algorithmus liegt natürlich physisch vor, physikalisch vor. Genauso die Daten und den Datenstrukturen, die liegen natürlich vor. Wenn die gar nicht materiell wären, dann könnten sie auch nicht wirken. Das ist eine, sagen wir mal, eigentlich eigenartige Angelegenheit, dass man gerne so eine Unterscheidung macht in Dingen, die physikalisch vorliegen, die wir dann Hardware nennen und Sachen, die angeblich nicht physikalisch vorliegen, die wir dann Software nennen. Die Grenze zwischen Hardware und Software ist ganz schwer zu finden. Und man kann sagen, alle Software ist auch Hardware. Denn zum Zeitpunkt, wo sie wirkt, ist sie natürlich als physikalische Eigenschaft vorhanden. Das heißt, in der Architektur haben wir sowohl die Hardware als auch die Software, als auch die Algorithmen und Datenstrukturen, die dahinter gehören. Also alles, was da ist und was die Funktionsweise des Ganzen beschreibt. Hier sind wir in einem Bereich unterwegs, wo wir als Informatiker sagen würden, ja, das ist genau unser Bereich. Und auch, sagen wir mal, 90 Prozent aller Veranstaltungen an der Universität, wenn man Informatik studiert, die kümmern sich genau um diesen Bereich. Die gehen nicht unbedingt von einem existierenden Artefakt aus, sondern manchmal fangen die quasi vorne an, also fangen die an, die Wolke von links aufzuzäumen oder gehen sogar links über die Wolke hinaus. Aber es ist unser Bereich halt. Hier ist es jetzt mal so eher angesehen, dass wir sagen, wir nehmen ein Artefakt, ein tatsächlich existierendes Artefakt und gucken dafür, was sind denn die notwendigen Eigenschaften von Mathematik, Wissenschaft und Technologie, die wir kennen müssen. Und die nennen wir dann jetzt hier mal Architektur des Ganzen. Was wäre Architektur bei WhatsApp? Na, bei WhatsApp könnte man sagen, ich habe natürlich, sagen wir mal, gewisse Datenstrukturen, die zum Beispiel eine Liste von Kontakten speichern. Ich muss auch die Nachricht, die ich irgendwie absenden will, ja irgendwo hinschreiben. Ich habe auch gewisse Algorithmen da drin, zum Beispiel die dafür sorgen, dass eine Nachricht verschlüsselt und entschlüsselt werden kann. Das gehört alles zur Architektur von WhatsApp. Jetzt ist die Frage, WhatsApp ist jetzt ein bisschen schwer umrissen, meine ich eigentlich nur damit die App oder meine ich das Ganze? Wenn ich ein bisschen mehr auf das Ganze gehe, dann gehört zur Architektur von WhatsApp auch, dass es einen zentralen Server gibt, an denen ich Nachrichten oder, ja, die Nachrichten verschicke und über den auch diese Kontaktadressen, Kontaktlisten ausgeglichen werden, also ausgetauscht werden. Das alles gehört zur Architektur dieses digitalen Artefakts WhatsApp. Jetzt müssten wir ja noch eine andere Seite haben, haben wir ja hier auch, die ist aber noch leer. Da müssten die relevanten Aspekte der gesellschaftlichen Diskurse drin vorkommen. Also nicht die komplette Menschheitsgeschichte mit allen menschlichen Fürs und Widers und Gegebenheiten, sondern die Bereiche, die für dieses Artefakt relevant sind. Und genau so nennen wir das auch. Wir sprechen hier von den Relevanzaspekten des digitalen Artefakts. Also die relevanten gesellschaftlichen Diskurse. Dazu gehören zum Beispiel Anforderungen an das Artefakt. Also an so ein Artefakt wie WhatsApp die Annahme, die Anforderung, dass die Übertragung schnell passiert, dass ich eine Instant Message habe. Aber es gehören auch Hoffnungen und Befürchtungen daran, dass ich zum Beispiel denken könnte, oh je, da sind ja irgendwie andere Parteien mit involviert. Also der Betreiber von WhatsApp, was ja hier Facebook ist, beziehungsweise dieses Nachfolgeunternehmen, was mir gerade nicht einfallen will, sagen wir mal einfach das Facebook, die kriegen ja diese Daten auch. Da habe ich bestimmte Befürchtungen. Ich habe auch Hoffnungen an dieses Artefakt, die weit über die technischen Eigenschaften hinausgehen. Zum Beispiel habe ich gerade Freunde und Bekannte, das sind eigentlich zwei gute Freunde, die sind auf Weltreise. Und über WhatsApp halten wir Kontakt miteinander, auch über andere Artefakte, die wir nutzen, aber WhatsApp ist eines davon. Das heißt, dieses WhatsApp, das benutze ich für einen speziellen Zweck, für eine gesellschaftliche Funktion, die das dann ausführt, für mich, die über die technischen Eigenschaften weit hinausgehen. Aber all das gehört so dazu, weil das ist ja eine Zuschreibung an dieses Artefakt WhatsApp. Das liegt ja nicht als Selbstzweck vor, sondern ich benutze ja WhatsApp, um bestimmte Dinge zu tun. Ich habe im weiteren Freundes- und Bekanntenkreis zu tun, mit einem Basketballverein hier in der Gegend, und der zum Beispiel organisiert sein kompletten Vereinsleben, sagen wir mal zumindest die Mannschaftskoordination, über WhatsApp. Auch das ist so eine Zuschreibung, so eine Nutzung, eine Frage, was mache ich eigentlich damit, wofür, was bezwecke ich damit. Das sind so die Bereiche, die hier in dem Bereich der Relevanz eine Rolle spielen. Auch gesellschaftliche Organisationen, die sich bilden. Algorithm Watch zum Beispiel gibt es. Eine Organisation, die häufig so ein bisschen kritisch auf viele Dinge gucken, die in unserer modernen digitalen Welt so passieren. Oder auch Eigenschaften, dass sich bestimmte Gesetze gebildet haben, bestimmte Normen gebildet haben. Teilweise explizit, teilweise auch implizit. Implizit, also implizite Normen könnten zum Beispiel dazugehören, wann schreibt man jemanden bei WhatsApp an oder wann auch nicht. All diese Dinge, die würden in den Bereich Relevanz hineingehören. Dieser Bereich Relevanz ist einer, den wir als Informatiker eher, sagen wir mal, ein bisschen komisch finden. Das ist nicht so ganz unser Bereich. Das ist der Bereich, da sind die Gesellschaftswissenschaften zu Hause, da kümmern sich die Medienwissenschaften stark drum. Und für uns hat das so ein bisschen, das fühlt sich so ein bisschen an, dass so viel Meinung und es ist ein bisschen schwer zu fassen für das Methodenrepertoire, was wir als Informatiker gelernt haben. Bei uns in der Didaktik ist es unsere Überzeugung, dass wir tatsächlich beide Aspekte, beide Perspektiven hier brauchen und die auch zusammenbringen müssen, damit man tatsächlich zu einer Erklärung eines digitalen Artefaktes kommt und nicht nur zu einer Beschreibung des digitalen Artefaktes. Dass ich also nicht nur sagen kann, ach guck mal, hier ist dieser Algorithmus und dieser Algorithmus sorgt dafür, dass das und das passiert. Dann habe ich beschrieben, was da ist. Genauso kann ich auf der anderen Seite auch beschreiben, was die Effekte sind in die Gesellschaft hinein oder die Einflüsse der Gesellschaft auf das Artefakt. Aber ich kriege das nicht zusammen. Ich kriege keine Erklärung, die dann irgendwie das zusammenbringt, kohärent macht. Und die Fächergrenzen, die es so gibt, die sind dem nicht unbedingt so zugeneigt. Die sorgen eigentlich dafür, dass dieser Strich, der in der Mitte steht, auch wirklich häufig ganz hart eingehalten wird. Und der Bereich der Informatikbetrachtung, den ich mache, der mir gefällt, den man vielleicht so sozio-technisch nennen könnte, sozio-informatik, sozio-technische Systeme, der versucht genau diesen Übergang zu machen. Und in der Didaktik versuchen wir das eben auch, weil wir einfach eine Einbettung in die Welt des Ganzen brauchen. Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass es häufig, sagen wir mal, zu Begriffsverwirrungen kommt, wenn man diese beiden Perspektiven nicht auseinander hält. Ich habe ja eben gesagt, ich möchte die eigentlich gerne verbinden. Das heißt aber nicht, dass ich sie ineinander mischen möchte, sondern ich möchte schon sehen, es gibt da eine Trennung, aber ich möchte die Wechselwirkungen zwischen diesen beiden Bereichen sehen. Wenn ich die Trennung nicht mehr richtig mache, dann kann es zu ganz absurden Ausdrucksweisen oder auch zu absurden Verständnisproblemen kommen. Und ich zeige euch das mal oder erläutere euch das mal an dem Begriff Kommunikation. Der Begriff Kommunikation kommt nämlich tatsächlich auf beiden Seiten hier vor, meint aber etwas sehr, sehr Unterschiedliches. Wenn ein Kommunikationswissenschaftler oder auch ein Sprachwissenschaftler über Kommunikation spricht, dann sind da Ziele mit involviert, das Verhalten zwischen Menschen, also die Verhältnisse zwischen Menschen, die Übertragung einer Nachricht im Bedeutungssinne spielt da eine Rolle. Selbst welches Artefakt ich eigentlich nutze, spielt natürlich bei der Kommunikation eine Rolle. Ganz sprichwörtlich ist da ja dieses per SMS Schluss gemacht. Die gleiche Nachricht mit einem anderen Kommunikationsmittel ist auch eine andere Nachricht. Also solche Dinge sind auf dieser Relevanzebene wichtig und werden dort betrachtet. Das ist der Relevanz, der gesellschaftliche Teil der Kommunikation oder die gesellschaftliche Perspektive auf den Begriff Kommunikation. Wenn wir auf der Architekturseite über Kommunikation sprechen und wir würden hier zum Beispiel in eine Vorlesung gehen, in der zum Beispiel über Rechnernetze gesprochen wird und da kommt der Begriff Kommunikation vor, dann wird etwas anderes damit gemeint. Der Techniker spricht über ganz andere Assemblungen, Aspekte von Kommunikation, eigentlich über etwas ganz anderes, nämlich darüber, wie es denn gelingt, Zeichen, sagen wir mal Text, also Zeichen von einem Gerät an ein anderes Gerät zu übertragen mit einer gewissen Infrastruktur dazwischen. Das sind die Architektureigenschaften von Kommunikation. Die eine Kommunikation ist bei weitem nicht das gleiche wie die andere Kommunikation. Wenn man das vermischt, kommt man zu Blödsinns-Aussagen oder falschen Schlüssen, so Schnellschlüssen in diesem Zusammenhang. Nehmen wir mal das Beispiel ältere Leute, die vereinsamen. Das ist ja so ein Phänomen, was vielfach beschrieben wird. Alte Leute, die vielleicht einsam geworden sind auf ihre alten Tage. Das heißt, sie kommunizieren nicht mehr besonders viel. Ja, was mache ich dann? Dann gebe ich ihnen doch einfach ein Kommunikationsmittel. Das ist so die technische Sache für Kommunikation. Ich gebe denen allen mal ein Telefon oder ich gebe denen allen ein Smartphone mit WhatsApp drauf. Dann können die kommunizieren. Naja, aber das löst natürlich das Problem der Einsamkeit überhaupt nicht. Natürlich spielen Kommunikationsmittel und auch die technischen Eigenschaften der Kommunikationsmittel eine Rolle bei der Kommunikation auf der Relevanzseite. Aber sie sind es nicht. Also ich kann nicht das soziale Problem rein mit technischen Mitteln lösen. Es spielt eine Rolle darin, aber es ist nicht das Gleiche, wenn ich das mache. Ein anderer Bereich, in dem das gerne passiert und auch häufig deswegen für Befürchtungen und Ängste sogar sorgt, ist der Bereich Künstliche Intelligenz. Der Bereich Künstliche Intelligenz ist durchsetzt mit Begrifflichkeiten, die auf der technischen Seite verwendet werden, die eigentlich aus dem Relevanzbereich kommen und wo dann häufig eine richtige, vernünftige Trennung der Bereiche, der Begriffe auch, nicht mehr gemacht wird. Und das kann zu Problemen führen. Manche Leute machen das mit Absicht und es hilft eigentlich immer, also auch da, um aus so gewissen Marketing-Sprech dann vielleicht herauszukommen, sich zu überlegen, über welche Ebene wird hier gerade gesprochen? Wird über die Architektur oder über die Relevanzseite eigentlich gerade gesprochen? Deswegen plädieren wir hier für eine kontrastive Begriffsbildung. Was heißt das? Ich mache einen Kontrast. Ich sage, der Begriff, der bedeutet hier das eine und hier das andere. Oder vielleicht sogar noch besser, wenn es denn möglich ist, ich verwende hier den einen Begriff und hier einen anderen Begriff. Ich verwende also nicht zweimal das gleiche Wort und verwende nicht das eine metaphorisch für das andere, sondern ich versuche, zwei verschiedene Begriffe zu wählen. Das geht nicht immer, weil häufig natürlich die Begriffe auch schon etabliert sind. Und dann kann ich das natürlich auch vergessen. So, das war jetzt aber tatsächlich mal, sagen wir mal, ein bisschen ein Wort zum Sonntag. Meinerseits darüber, dass man, sagen wir mal, die Sphären so auseinander hält und dass man nicht in solche Kommunikationsprobleme gerät. Geraten wir mal erst mal wieder zurück, gehen wir mal ein bisschen mehr zurück in Richtung der Nutzungsschnittstellen und überlegen uns das mal, was ist denn mit dem Nutzer? Wir haben ja jetzt hier gehabt, ja, Architektur und Relevanz. Auf der einen Seite haben wir nur die Technik, auf der anderen Seite haben wir so die Gesellschaft als das Ganze. Über einzelne Nutzer habe ich jetzt noch gar nicht gesprochen. Da unten ist ein Nutzer mit einem Gehirn dran, was sehr wichtig ist, denn das soll ausdrücken, dass diese Nutzer, wenn sie ein Artefakt nutzen, natürlich gewisse Vorstellungen darüber haben, wie Architektur, die Architektur eines Artefakts ist und auch Vorstellungen darüber haben, wie sich das Artefakt in die Gesellschaft als Ganzes einbettet. Also über den Relevanzteil haben sie auch Vorstellungen. Wir sprechen da von Selbstbild, das Selbstbild, wie man sich selber verhält zu diesen Dingen, das Weltbild, also wie man sich selbst in Relation zur Welt in Bezug auf das Artefakt sieht und Handlungsmuster, also wie verhalte ich mich eigentlich zu diesem Artefakt, welche Gewohnheiten lege ich an den Tag, welche Interaktionsschritte mache ich eigentlich immer. Nun, jetzt ist es aber so, deswegen stehen ja diese drei Fragezeichen, die Architektur des Artefakts kann ich ja nun mal größtenteils gar nicht wahrnehmen. Wenn ich mir ein Smartphone angucke und da ist ein WhatsApp drauf, dann sehe ich ja keinen Verschlüsselungsalgorithmus und ich sehe auch keine Datenstruktur, die irgendwelche Informationen oder irgendwelche Daten halten würde, die dann quasi im Hintergrund ja eigentlich verwendet werden. Genauso sehe ich auch nicht die Relevanz. Die Relevanzzusammenhänge, die kann ich natürlich analysieren und die können mir auch irgendwie bekannt sein. Vor allen Dingen sind sie, genauso wie die Zusammenhänge in der Architektur, Gegenstand von Bildung. Also auf beiden Seiten wird ja gebildet, auf der einen Seite im Informatikunterricht zum Beispiel, auf der anderen Seite zum Beispiel im Sozialwissenschaftenunterricht oder im Politikunterricht. und wenn es nach uns ginge, sogar in Kombination von beiden in einem Unterricht, das ist so ein bisschen Zukunftsmusik oder vielleicht auch nicht, aber nicht das Thema an dieser Stelle. Das kann also gebildet werden. Aber wahrnehmen kann ich beides eigentlich direkt nicht in Kontakt kommen als Einzelperson. Kann ich nicht mit der Architektur und auch nicht mit der Relevanz, sondern eigentlich nur mit dem Artefakt selbst, mit den Features des Artefakts. Und diese Features des Artefakts sind eine ganz spezielle Sichtweise auf das Artefakt, beziehungsweise eigentlich sind sie die offensichtlichste Sichtweise, nämlich das Feature ist das, was das Artefakt mir anbietet. Also das, was ich mit dem Artefakt machen kann, das ist ein Feature des Artefakts. Das steht jetzt ja, genau wie das Artefakt vorher ja auch, so dazwischen. Was heißt das? So ein Feature muss auf beiden Seiten quasi verbunden sein. Das ist also quasi eine gewisse Brücke zwischen Architektur und Relevanz. Nehmen wir wieder WhatsApp. Ich habe auf der Relevanzseite das Bedürfnis, meine Freundschaft zu pflegen mit meinen beiden Freunden, die gerade auf der Weltreise sind. Dazu benutze ich WhatsApp. Das ist ein Relevanzaspekt, aber kein Feature. Denn WhatsApp, wenn ich WhatsApp mir angucke, das pflegt keine Freundschaften. Ich kann WhatsApp nicht, also ich kann es natürlich im Kontext der Pflege von Freundschaften verwenden, aber WhatsApp selber hat keine Freundschaftspflegefeatures. Was WhatsApp macht, ist, es ermöglicht mir, Textnachrichten oder andere Arten von Nachrichten an eine oder mehrere Personen, die den Dienst auch nutzen, zu übertragen. Das ist ein Feature von WhatsApp. Und das ist ein, sagen wir mal, zugeschriebenes Feature. Denn das ist das, weswegen ich WhatsApp verwende. Also ich gehe hin und denke, um Gottes Willen, wie komme ich denn an meine Freunde jetzt heran? Und wir haben uns vorher abgesprochen und haben gesagt, wir verwenden dieses Artefakt WhatsApp mit seinen Features. So haben wir uns nicht ausgedrückt, aber das ist das, was wir gemacht haben, um in dieser Kommunikation aufrechtzuerhalten. Also dieses Übertragen von Nachrichten von einem an einen anderen oder mehrere andere, das ist ein Feature von WhatsApp. Eingebautet in die Relevanz. Wenn keiner das so nutzen wollte, wäre es auch kein Feature, selbst wenn es irgendwie angeboten wäre. Auf der anderen Seite muss das Ganze natürlich in der Architektur begründet sein. Das heißt, ich kann ja nicht einfach sagen, hier dieses Artefakt, über das sage ich jetzt einfach, dass es irgendwelche Dinge für mich tut, dass es irgendwelche Eigenschaften hätte, irgendwelche Features hätte und die Architektur unterstützt das gar nicht. Das heißt, ich brauche eine Architektur, die diese Features auch hervorbringen kann. Und von der Architekturseite her kann man dann sagen, da gibt es ganz viele Dinge im Hintergrund und einige Architekturaspekte gehen auch in das Feature hinein. Nämlich zum Beispiel, dass ich da eine Liste habe, aus der ich etwas auswählen kann, dass ich da Buttons habe oder Texteingabefelder habe. Das sind natürlich Feature-Eigenschaften, die, oder Architektureigenschaften, die direkt zum Feature gehören. Ich habe also immer beide Seiten da. Ich habe bei einem Feature immer die Notwendigkeit der einer Architektur, die es auch ermöglicht und einer Relevanz, die es auch verlangt. Dass Features nicht immer intendiert sind, kann ich mal an einem schönen Beispiel zeigen oder ich kann es nicht zeigen, sondern ich kann es euch nur erzählen, was wir vor ein paar Jahren mal in einer Umfrage hatten. Da kam das so als Nebenaspekt heraus, haben wir eigentlich gar nicht nachgesucht. Da hatte uns eine Teilnehmerin erzählt, dass sie WhatsApp verwendet für ihre Einkaufsliste. Und zwar macht sie das so, dass sie eine Gruppe erzeugt mit einer beliebigen Person. Die nennt sie dann Einkaufsliste. Und diese Person, die wirft sie dann aus der Gruppe gleich wieder heraus. Dann ist sie in einer Gruppe mit sich selbst, also in einer Gruppe. Das kennt ihr von den Abgaben hier für die Veranstaltung vielleicht. Da muss man ja auch sowas Absurdes machen wie einer Abgabegruppen, wenn man alleine abgeben möchte. Egal. Eine Gruppe mit nur einer Person. Da schreibt sie dann Nachrichten hinein, die ihre Einkaufsliste sind. Sie benutzt also WhatsApp als ein persistentes Speichermedium für Nachrichten an sich selber. Also eigentlich als Notizbuch quasi verwendet sie WhatsApp. Das wird dadurch das zu einem Feature. Die Architektur ermöglicht diese Art der Benutzung. Die Anforderung, die geschickte Nutzungsweise, wenn man so möchte, von der Dame macht es zu einem Feature des Ganzen. Obwohl bei WhatsApp wahrscheinlich keiner darüber nachgedacht hat, dass man WhatsApp so benutzen könnte oder sollte. Trotzdem ist das dann ein Feature des Ganzen. Für uns sind die Features insofern besonders interessant, als dass die Features natürlich das sind, was ein Nutzer sieht und was ein Nutzer manipuliert. also auch das, worüber ein Nutzer sich das Artefakt eigentlich erschließt. Alles, was es quasi im Feature nicht gibt oder was sich im Feature nicht in der Nutzungsschnittstelle wiederfindet, müsste etwas sein, was der Nutzer zusätzlich weiß. Also aus Wissen über grundsätzliche Computerarchitektur oder aus Wissen über gesellschaftliche Zusammenhänge weiß der Nutzer natürlich Dinge, die sich nicht als Eigenschaft der Nutzungsschnittstelle wiederfinden. Aber alles, was exploriert werden kann, alles, was sich durch das Artefakt zeigt und das ist ja bei Software die Nutzungsschnittstelle, alles, was nicht Nutzungsschnittstelle ist, sehe ich ja nicht, gibt es ja quasi gar nicht. All das sind Features und das ist natürlich für uns ganz besonders interessant, gerade dieser Bereich dieser Features. Das ist also auch der Bereich, in dem wir uns hier tummeln, also in dieser Veranstaltung, in dieser Vorlesung kümmern wir uns eigentlich genau um diesen Bereich. Der Mensch, Menschen, nicht genau einer, Menschen, in Interaktion mit dem Artefakt in Form seiner Features. Das heißt, wir gehen gerade darauf hinaus, wie kriegen wir das denn hin, dass das Artefakt explorierbar ist, dass die Features erkennbar sind, dass die Features benutzbar sind, dass nicht irgendetwas dort, sagen wir mal, so ein bisschen hineinstreut. Wir gehen nicht richtig in den Bereich der Relevanz, denn der Zusammenhang zwischen Feature und Relevanz, also quasi dieser Bereich hier, das ist der Bereich der Gebrauchstauglichkeit. Da frage ich mich eigentlich, ist denn dieses Artefakt mit seinen Features eigentlich das richtige Artefakt für das, was ich damit machen möchte? Oder wie ist es, wenn irgendwelche Eigenschaften, irgendwelche Anforderungen aus dem Bereich der Gesellschaft oder aus dem Bereich der Nutzer, sagen wir mal, kommt, wie findet sich denn das dann in dem Artefakt wieder? Das ist ein Bereich, der wie gesagt Gebrauchstauglichkeit, Usability heißt. Um den kümmern wir uns jetzt hier nicht so, sondern wir gucken, sind die Features eigentlich für den Menschen gut geeignet? Das ist hier die Frage. Sind diese Art und Weise, wie sich die Features darstellen, wie sich die Features, die Dinge manipulieren lassen in der Nutzungsschnittstelle, ist das geeignet? Das ist der Bereich, um den wir uns hier kümmern. Ja und dann gäbe es ja noch diesen Bereich hier quasi, also den Zusammenhang zwischen Architektur und Features. Um den kümmern wir uns auch ganz wenig, mit eigentlich einer Ausnahme, nämlich dann, wenn quasi die Nutzungsschnittstellenwelt, die gebaut wird und darum wird es in den nächsten Videos und Vorlesungen vor allen Dingen gehen, diese Nutzungsschnittstellenwelt, mit der man ja interagiert, wenn die bricht, wenn also irgendwelche Eigenschaften, die eigentlich aus dem Tiefen der Architektur kommen, auf einmal in die Nutzungsschnittstelle vordringen. Das kennen wir alle von obskuren Fehlermeldungen. Also ich verwende das Programm und dann kommt auf einmal Division durch Null und dann denke ich, habe ich doch nicht durch Null dividiert oder so ähnliche Dinge. Also irgendwelche Sachen, die aus den Untiefen der Architektur kommen oder ich habe irgendwelche Objekte und in den Objekten darf ich, den kann ich Namen geben, den darf ich aber keinen Schrägstrich im Namen vorkommen lassen. Wie kommt das? Das könnte zum Beispiel daran liegen, dass diese Namen auf Dateinamen abgebildet werden und ein Schrägstrich im Dateinamen geht natürlich nicht, wegen der Eigenschaften des Dateisystems. Wo im Dateisystem ja dieser Schrägstrich als Trenner von Hierarchie eben, Pfad-Trenner verwendet wird. Dann ist auch eine Eigenschaft, die eigentlich der Architektur zukommt, die schleicht sich so in das Feature hinein und bricht dann mit Eigenschaften, die da eigentlich notwendig sind, wo man ja eigentlich sagt, ja Features sollten ja dann eher der Objektwelt, der Nutzungswelt entsprechen, also eher aus der Relevanzseite kommen, wenn denn wir so eine Regel aufstellen wollen. Den Bereich gucken wir uns ein bisschen an, aber ansonsten kümmern wir uns jetzt hier nicht so sehr darum, wie es denn eigentlich möglich ist, dass diese Features zustande kommen. Wir werfen da manchmal einen kleinen Blick darauf hin, wenn wir also zum Beispiel darüber reden, dass Rückmeldungen besonders schnell sein müssen oder am Ort der Handlung sein müssen, was zwei Eigenschaften sind, zwei Forderungen, die wir aufstellen werden, wie das denn kommen kann, woran das denn eigentlich liegt. Aber unser Hauptaugenmerk ist es eigentlich nicht, uns da diese Dinge anzugucken. Wenn ich, und wenn wir jetzt mal einen Schritt wieder zurückgehen, ein Artefakt erklären möchte mit diesen Eigenschaften, die wir jetzt hier sehen, Architektur, Relevanz und Interaktion, deswegen übrigens auch Ariadne-Prinzip, A-R-I, Architektur, Relevanz und Interaktion und Ariadne als Ganzes, als Name, ist ein Verweis auf eine griechische Sage, wo das Mädchen Ariadne einen Faden hinter sich hergezogen hat, um den Ausbruch aus einem Labyrinth zu ermöglichen, also das wieder rausfinden, da durchfinden, deswegen haben wir das Ariadne genannt, so ein bisschen als Metaphorik. Ja, wenn wir das erklären wollen, wenn wir da sagen wollen, wieso ist es so, wie es geworden ist, wieso ist WhatsApp so, wie es heute ist, dann muss ich noch etwas weiteres betrachten und zwar die Genese des Artefaktes. Ich kann den heutigen Zustand von etwas nur erklären, indem ich erkläre, wie es so geworden ist, wie es ist. Ich kann natürlich den aktuellen Zustand beschreiben, aber wenn ich ihn erklären will, wenn ich irgendwie eine Zusammenhänge, also die Frage nach dem Warum vernünftig erklären möchte, dann brauche ich eine Betrachtung der Genese des Artefaktes und das ist immer so eine Wechselwirkung zwischen Architektur und Relevanz. Lasst mich zwei Beispiele geben, wieder am Beispiel WhatsApp. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung habe ich eben schon mal angesprochen. Es gibt ja bei WhatsApp eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, was ja heißt, dass Strukturen in der Mitte, also zum Beispiel die Firma Facebook hier, die die Server betreibt von WhatsApp, nicht mitlesen kann, was ich meinen Freunden, die auf Weltreise sind, eigentlich schreibe. Das können die nicht lesen. Es ist Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Nur ich kann das lesen und die können das lesen. Also an den beiden Enden. Wieso ist das so? Das war nicht immer so. Solche Dienste waren früher anders. Die hatten früher diese Eigenschaft nicht. Zunächst mal waren es auch früher schon Dienste, also gerade WhatsApp war zum Beispiel ein Dienst, der über einen zentralen Server funktioniert. Hat mehrere Vorteile. Ein Vorteil ist ja zum Beispiel, dass ich nicht eine irgendwie geartete Adresse des Ziel-iPhones oder Ziel-Telefons oder Gräts wissen muss, wenn ich WhatsApp verwenden möchte, sondern das übernimmt ja der zentrale Server für uns. Alle melden sich bei dem und darüber funktioniert der ganze Austausch. Hat auch den Vorteil, dass ich, wenn ich das Gerät wechsle und ein neues Telefon kaufe zum Beispiel oder möchte jetzt am Computer weiterschreiben, dass das geht, denn die Nachrichten sind ja zentral auf dem Server abgespeichert. Das sind Vorteile einer solchen Architektur. Das hat aber Nachteile, so eine Architektur. So ein dazwischenliegender Betreiber, der kann diese Nachrichten auslesen, der könnte die zum Beispiel an andere weitergeben, kann sie aber auch für eigene Zwecke auslesen und kann zum Beispiel dann entsprechend personalisierte Werbung schalten, wobei ich jetzt nicht in die Diskussion einsteigen möchte, ob das eigentlich besser ist oder schlechter, aber es gibt auf jeden Fall sagen wir mal eine Zweitverwendungs- und Drittverwendungsmöglichkeit mit gewissen Gefährdungspotenzialen. Das hat Leute auf den Plan gerufen auf der gesellschaftlichen Schiene. Nicht unbedingt wegen WhatsApp, aber generell hat es sagen wir mal so vor zehn Jahren starke Verwerfungen gegeben. Edward Snowden ist da ein Stichwort, der ja vieles enthüllt hat, dass Geheimdienste befreundeter Staaten und auch unbefreundeter Staaten, aber vor allen Dingen waren es jetzt die befreundeten Staaten, weil es darum ging, die US-Geheimdienste und die britischen Geheimdienste, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass die im größeren Stile Kommunikation abgehört haben und zwar unter anderem von der deutschen Regierung. Und da hat sich eine, in der Gesellschaft etwas geändert, es ist ein stärkeres Bewusstsein für diese Problematik entstanden, es sind neue Gesetze entstanden, es sind neue Normen entstanden, die nicht unbedingt nur explizit sind, sondern oft auch implizit. Das heißt, Leute achten auf einmal darauf. Ich gucke mir so einen Dienst an und denke, hat der eigentlich eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, dann verwende ich ihn und wenn es das nicht hat, dann verwende ich die nicht. Das hat Druck auf die Hersteller, die Betreiber von solchen Diensten ausgeübt, sodass sie dazu übergegangen sind, solche Eigenschaften einzubauen. Selbst WhatsApp, obwohl ja immer noch kritisiert wird, also man kann an WhatsApp auch vieles kritisieren, nach wie vor, zum Beispiel, dass wir alle unsere, wenn wir das nutzen, unsere Kontaktlisten an WhatsApp schicken. Das finde ich durchaus bemerkenswert, sagen wir mal so. Aber selbst die haben sich nicht darauf ausgeruht oder meinten, sich nicht darauf ausruhen zu können, dass sie sagen, wir sind der Marktführer, die Leute werden uns sowieso verwenden, wir verbauen dieses Feature nicht ein, denn es ist für uns Nachteile, sondern sie haben es tatsächlich eingebaut. Wohl in der Annahme, dass sonst sie abgewählt werden, also dass man dann das Artefakt, dieses Produkt nicht mehr benutzt. Das heißt, wir haben hier eine starke Wechselwirkung zwischen einer Architektureigenschaft, dann gesellschaftlichen Änderungen, die sich auf dieser Grundlage dieser Architektureigenschaften ja ergeben haben und dann wiederum zurück in die Architektur schwingen. Das ist ein ständiges Hin und Her. Ein anderes Beispiel, Mobiltelefone vor der Smartphone-Zeit, sagen wir mal so die früheren Mobiltelefone, als das so aufkam in den 90er Jahren. Da gab es eine Eigenschaft oder ein, sagen wir mal, ein Feature in diesen Mobiltelefonen, was eigentlich sich die Netzbetreiber gedacht haben, als Möglichkeit, um den Kunden technische Informationen zuzuschicken, zum Beispiel, ob irgendwelche Netzwerke ausfallen oder solche Informationen zuzuschicken. Dieser Dienst nennt sich Short Messaging Service, SMS, und war eigentlich genau nur für diesen Zweck gedacht. Man hatte gar nicht so damit gerechnet, dass die Leute sich über die Smartphones SMS schicken, obwohl es andererseits Geräte gab, was interessant ist, nämlich sogenannte Pager und darunter auch Active Pager, die genau das als Hauptfeature hatten. Nun wurde dieses Feature aber unter den Nutzern beliebt. Das heißt, es wurden diese Short Messages verschickt, obwohl das gar nicht besonders gut möglich war. Man hatte nur diese Zehner-Tastatur und man musste dann mehrfach die gleichen Tasten drücken, um irgendwie zu Buchstaben zu kommen. Da waren manche Leute dann extreme Spezialisten drin, kriegten das in Nullkummer nichts hin, tippten dann halt schneller als andere Leute auf sondern normalen Tastatur. Aber insgesamt, das User Interface war nicht gut für diese Short Message Services. Das hat sich aber natürlich geändert. Dadurch, dass der hohe Druck da drauf war, sind natürlich Hersteller auf den Plan gerufen worden und haben ihre Eigenschaften für SMS oder ihre Feature, ihr Feature-Satz für SMS stark verbessert, hat, sodass es zum Beispiel diese T9 Eingabe gab, dass man die Tasten nicht mehr verdrücken musste, weil die Wörter quasi geraten wurden und das meistens richtig, bis hin zu Telefonen mit größeren Tastaturen oder hinterher den Smartphones mit den flexiblen, weil softwaremäßig umgesetzten Tastaturen. Auch andere Features, wie dass man eine längere Nachricht schreiben kann, die wird automatisch gestückelt, weil der SMS-Dienst ja das nicht erlaubt, so lange Nachrichten zu schreiben oder dass man antworten kann, dass man weiterleiten kann im Bereich von SMS. All diese Features kamen dazu, ja aus Grund dieser Nutzungseigenschaft. Das heißt, auch hier haben wir wirklich so eine Wechselwirkung. Das heißt, die Nutzung und das Angebot. Das Angebot hat eine Nutzung hervorgebracht, die Nutzung war aber anders als das Angebot, deswegen hat sich das Angebot wieder geändert und das alles ist natürlich niedergeschlagen in der Mitte in den Features. Das ist auch wieder so eine interessante Wechselwirkung, die wir hier haben. Was hier steht, drei Sichtweisen auf dem Computer, das war auch schon die letzte Folie im Teil davor, aber wir könnten jetzt nochmal neu darüber nachdenken, angesichts dieses Ariadne-Konzepts und dieser Wolke, die wir da seht, also mit diesen Aspekten Architektur und Relevanz und die besondere Eigenschaft der Features, über die die Interaktion mit der Einzelperson stattfindet und letztendlich noch die Genese, um zu erklären, wie das Ganze denn so geworden ist, wie es ist. Und wenn wir jetzt uns diese drei Bereiche nochmal angucken, der Computer als Instrument, wenn ich ein Computer als Instrument nutzen will, um etwas über die Welt draußen herauszufinden, dann gilt es ja, die Welt draußen über erst einmal in den Computer hineinzukriegen und dann ein Programm oder irgendeine Art von Auswertung, was das Gleiche ist, wenn man mal ehrlich ist, zu schreiben, um aus diesen Daten etwas herauszufinden, was in der Welt wiederum Bedeutung hat. das ist ja eigentlich, es klingt so trivial, aber es ist ja schon erstaunlich, dass man das machen kann, dass man also quasi die Welt verdaten kann in den Computer, hier dann eine Auswertung machen kann, und was dann rauskommt, hat in der Welt wieder eine Bedeutung, ein ganz klassischer Modellierungsansatz, wenn man das so sieht. Was heißt das hier? Das heißt, ich brauche hier die Möglichkeit, Features brauche ich, die es mir ermöglichen, all diese Dinge zu tun, also sowohl diese Verdatung zu machen, also für Messgeräte, für Messgerät Artefakte, verdaten, als auch dann die Daten auswerten, so ein Data Wrangling quasi zu machen, als auch eine Visualisierung der Auswertung, so dass ich daraus wieder was schließen kann, das heißt, ich brauche einen Featuresatz, mit dem ich es schaffe, Architektur selber zu bauen, das heißt, ich bin dann ganz stark eigentlich schon im Programmieren drin, das heißt, wenn ich Features habe, und das ist ja eine Besonderheit des Computers, ich habe Features, mit denen ich selbst wieder Architektur bauen kann, das ist ja nicht bei allen Artefakten so, es ist ja sehr typisch Programmierung halt, dass man das kann, eine sehr typisch digitale Eigenschaft, dass das geht. Computer als Teil der Umwelt des Menschen, das heißt, ich habe ja den Computer hier da draußen, ich gucke ihn mir an, und ich sehe ihn als Teil der Umwelt, ich muss mit dem interagieren, um etwas über ihn herauszufinden, ich will also Differenzerfahrung über den Computer machen, dann sind es ja die Nutzungsschnittstellen, die mir diese Differenzerfahrung ermöglichen müssen, das heißt, ich brauche Features, die es mir ermöglichen, etwas über das Artefakt selber herauszufinden und das ist natürlich etwas, da schlagen ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust, das heißt nämlich ja eigentlich, dass ich Features haben müsste, die mir die Architektur transparent machen, das heißt, ich möchte etwas über die Architektur, über das Innenleben des Computers herausfinden, über die Features, aber eigentlich haben wir in der Nutzungsschnittstelle Gestaltung eher so die Tendenz, die Architektur möglichst weit zu verstecken und wir müssen die auch möglichst weit verstecken, denn wenn wir das nicht täten, dann könnten die Features sich eigentlich gar nicht auf die Relevanzaspekte beziehen. Also wenn ich eine Nutzungsschnittstelle habe, die sich ganz extrem darauf bezieht, wie funktioniert eigentlich der Prozessor und der Speicher, dann habe ich eigentlich keine mentale Kapazität, mich darauf noch zu beziehen, wofür stehen diese Dinge. Das wird dann sehr komplex. Das sehen wir beim nächsten Mal, wenn wir uns die Computergeschichte angucken und sehen, wie sich die Nutzungsschnittstellen entwickelt haben und wie dann so ein Switch passierte von alledem kann ich das natürlich zu einem gewissen Grad tun. Das heißt, Differenzerfahrung ermöglichen durch die Anzeige und Antwortverhalten, dass ich also etwas über das System herausfinden kann, sei es Architektur oder Relevanz, ich möchte das ergründen können. Das muss ich natürlich alles über diese Nutzungsschnittstelle, über diese explizit programmierten Features hinbekommen. Letztendlich Computer als Arbeitsumgebung, und da sind wir in diesem interessanten Aspekt, dass dieser Gegensatz, den ich gerade erzählt habe, ganz stark zum Tragen gekommen ist. Ich gehe ja heute nicht mehr hin und sage, ich baue eine Nutzungsschnittstelle, um die Architektur dahinter steuern zu können, so wie ich es vielleicht bei der Nutzungsschnittstelle eines Autos mache, wo ich eigentlich sage, das Gaspedal ist eigentlich dafür da, um den Motor steuern zu können, also das ist das Gaspedal, eine Nutzungsschnittstelle, eine Nutzungsschnittstelle für die Architektur dahinter. So ist das ja nicht, wenn ich zum Beispiel etwas wie WhatsApp oder nehmen wir mal Word betreibe, in Word habe ich Buchstaben auf dem Bildschirm und ich ändere ja nicht die Buchstaben auf dem Bildschirm, um die Programmierung von Word im Hintergrund zu steuern, sondern diese ganze Architektur, die Word hervorbringt, ist ja nur für die Buchstaben da. Das heißt, ich habe hier so eine Umdrehung des Ganzen, die ist ja heute prädominant, ich habe ja selten Nutzungsschnittstellen für die Steuerung von Technik, sondern ich habe Technik, die Nutzungsschnittstellen und damit auch eigentlich erst den Use Case wirklich hervorbringt. Ganz interessanter Switch, ganz interessante Änderung und auch das sehe ich natürlich hier und dann sind wir die Architekten dieser Objektwelt und müssen die Architektur erzeugen, um diese Objektwelt auch hervorbringen zu können und damit sind wir in einer wirklich großen Verantwortung, denn wir als Programmierer von Nutzungsschnittstellen erzeugen an dieser Stelle Welten und mit diesen Welten müssen andere Nutzer dann zurecht kommen. Eine Verantwortung, der wir gerecht werden müssen. Deswegen gucken wir uns in den nächsten Vorlesungen weitere Grundlagen erstmal dafür an und machen dann mit einer ganzen Reihe von konkreten Forderungen weiter, wie uns das hoffentlich besser gelingt, als es heute manchmal gelingt. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal.